hallo zusammen heute stelle ich euch eine teekanne von der firma akman vor die ist selbst gefertigt hand gefertigt ist eher was für ja ich sag mal so zwei personen gedacht wir haben einen deckel dabei dann haben wir hier den sieb drin mit einem schönen griff wenn ihr fertig seid könnt ihr das ganze einfach so rausholen das ganze wird einfach hier reingedrückt und hält einfach und diesen ich weiß gar nicht sagen soll so einfach rein drücken dann ist es schon fertig sieht sehr gut aus ich mach gleich mal in t fertig dann zeige ich euch wie das ganze aussieht aber so bin ich sehr begeistert ist wirklich kleines süßes ding natürlich aus edelstahl wenn es nicht rostet ich zeige euch einmal eine zubereitung mit einem normalen schwarzen tee wir haben das ganze auch aus abgemessen also da passen wirklich auch 600 milliliter rein das ist vielleicht ein kleiner nachteil hier hier könnt ihr ganz normal die stärke sozusagen anpassen wenn ihr den tee nicht zu stark haben wollt müsst ihr einfach den sieb rausnehmen und mit dem deckel einfach schließen und das war's auch da ist das versprechen eingehalten worden es gibt auch keine tropfkanten tropfkanten ist alles gut wie ihr seht wie ich das auch im video erwähnt habe für maximum zwei personen und dann ist die teile auch leer ok das war's das war's